Servus und Willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Ja, wir möchten heute unsere Greenhouse fertig bauen, ähm, unsere ersten Sachen anpflanzen und, äh, ja, beziehungsweise wir werden auch mal unseren kleinen Stall noch anfangen müssen. Ähm, aber vorher müssen wir natürlich noch ein paar Sachen holen, und zwar Kristalle. Ähm, ich hoffe, dass die jetzt wieder respawned sind, da ich, äh, ein wenig an den Einstellungen rumgespielt habe. Ähm, werdet ihr auch gleich sehen. So, warum fliege ich nachts? Ganz einfach. Kristalle sieht man nachts am besten. Warum auch die Fackel an, ne? Ähm, ja, gelevelt habe ich auch. Bin jetzt mittlerweile auf Level 72. Ähm, ja. Hab da, ähm, hab ich denn erforscht? Ich glaub, ach, genau die Brücken. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich machen wollte. Aha. So, und zwar, ich wollte die Brücke bauen. Stimmt, ich wollte nämlich nicht mit dem Vogel rüber, sondern eigentlich mit dem Bären, beziehungsweise mit beiden Nachten. Naja, werden wir jetzt sehen. Das war... So, ähm, und zwar, ich brauch, ähm, Wraftables, die Bridge. Und zwar, ich brauche... Oh Gott. Moment, Paste. Habe ich mir schon wieder neu organisiert, aus den Biberbauten, die wohl ja immer wieder spawnen. So. Reicht. Kabel. Ähm. Auch. Das ist ja Holzmeer. Ähm. Das war Strukturen. Metal. Ähm. Und mir fehlt noch Wood, Flint und Zone. Flint. Krass. Ich brauch von denen Minimum zwei. An dem brauch ich... Ach, nein. Okay. Das heißt, ich brauch oder... Ops. Wie seht? Das ist das Pilz. Ich brauch mir mal Sicherheitshalber. Was ist denn jetzt los? Äh. Äh. Ich schluck. Irgendwie auch immer. Äh. Ne. Nein. Ich will mal Fiber. Warte. Nein. Ich will mal schnell einen Schluck trinken. Ach, dass es wieder besser wird. Ist das da? So, okay. Das heißt, wir haben schon mal das dabei. Ähm. Ähm. Da können wir... Wobei, ich muss dann noch einen Hinblick mit dem Vogel machen. Ähm. Das heißt, ich brauch jetzt aber noch... ...eine Steinplatte. So, und ihr seht gerade, was passiert. Ich habe ein wenig mit den... Ähm... Ja, weil mir das zu nah... Also zu weit weg war. Es ist teilweise überhaupt nichts mehr gespawnt. Also hier waren mittlerweile die Insel leer. Da habe ich ein wenig an den Einstellungen rumgeschraubt. Ja. Dann, ähm... Ich habe eigentlich gedacht, wenn man drei Meter eingibt, ähm... Dass, ähm... Drei Meter drei Meter sind und nicht 30 Zentimeter. Also... Äh... Habe ich schon wieder geändert. Jetzt müssen wir ungefähr... Ja... Wie mal Daumen so an die... Naja, so 15 Meter entfernt, äh... Dürfte sich das spawnen. Aber jetzt ist dunkel und ich sehe nichts mehr. Warum muss es jetzt auch noch regnen? Bei Nundu heißt, wer sich ja losfliegen, hätte ich ja noch verstanden. Aber da sieht man nichts. Ich habe keinen Suchscheinwerfer. Ja, mein Problem ist nämlich, ähm... Ich habe nämlich hier keine Kristalle mehr gesehen. Nicht, dass es da, ähm... Rakt vorliegt. Ja, wir können keine drei Meter gucken. Verdammte Angst. Dann müssen wir kurz warten. Wo bin ich denn? Torfäller. Ach, schön. Ähm... Ich fliege gerade... Falsch sehe ich gerade. Ja, den anderen sehe ich nicht. Gehen wir in die Richtung. Ich muss nämlich in den roten Obelisten... ...in Richtung grünen. Das ist ein Gelber oder ein Weißer. Ach, Gelb aus. Elb wäre geil. Weil Gelb ist 65. Da können richtig geile Sachen drin sein. Weiß wäre scheiße. Aber es schaut wirklich Gelb aus. Schaut Gelb aus. Lasset uns hinfliegen. Lasset uns schnell sterben. Haben wir noch genügend Beidenöl. Auf jeden Fall schon mal ein Scheiß-Fiech. Na, klasse. Hast du gut gemacht, Vogel. Also, ganz ehrlich. Mittlerweile... ...wenn man die Tasten nicht hat, sofort zum Pfeifen. Dann verliert man seine Viecher. Oh. Bin jetzt hier. Äh. Was ist hier? Äh. Ah, ich sehe mal die Brücke. Da will ich ja hin. Da will ich ja hin. Ich bin gespannt, ob die dann auch da drüber latschen. Eine Gino-Brücke. So. Mal die Sachen, bitte. Lass mir auf jeden Fall nachfliegen. Wenn es geht, nicht runter schubsen. Wäre denn nett. Nachfliegen heißt nicht schubsen. Nur, dass es dir verständlich ist, Herr Vogel. Ich hoffe, dass es reicht. Schaut schlecht aus. Äh. Wie weit bist du? Jetzt sogar richtig ausgucken. Aber es ist falsch rum. Ok. So. So. Was? Achso. Gehen. Ganz anders Ah, da weiß ich Okay, das ist Komplette Brücke sehe ich gerade Geht nach oben, nach unten Okay, ne, das ist das Falsche Okay, dann lasst uns mal Ding, aber wir wissen schon mal Das meiste, das heißt wir brauchen Noch eventuell Einen oder zwei Sehe ich da gerade Ein Alpha Na klasse, was macht jetzt hier ein Alpha Habe ich mein Fanglas dabei Habe ich Alpha Raptor Level 84 Ist klar Bin total glücklich Habe ich jetzt gebraucht So, wir schauen mal Ob das Wie das Zeug Die Respawn ist Was muss ich noch einmal Zum Vulkan fliegen Ich habe da gerade noch Das ist der Alpha Da ist es wieder da Ist es wieder da Sehr schön Jetzt meint er muss Hierher rennen Da gegen ein Alpha Habe ich keine Chance Und vor allem Die sind sauschnell die Viecher Hätte ich sogar glaube ich mit meinem Spino und mit meinem T-Rex Probleme Das sind schon mal drei Ach genau Ich brauche für jedes Greenhouse Glas 35 Ah, sechs Stück fehlen mir noch So voll Der wiegt doch nur Was? Okay 725 Achso, die blöde Brücke wiegt zu viel Dann schmeiß ich ihn weg So, bleib da stehen bitte So, ich weiß wo ich hinrennen muss Falls ich da eine rote PC Nächste Ah, ich bin mittlerweile Ich glaube Mit dem da Acht oder neunmal zum Vulkan geflogen Und habe da Kristalle geschlagen Und es reicht nicht mal annähernd So, okay Aber die Kristalle sind wieder da Sind wieder respawned Das ist sehr gut Dann fliegen wir mal nach Hause Und bauen unser Greenhouse weiter Dass wir dann Sagen anfangen können Sachen anzupflanzen Beziehungsweise natürlich Muss ich vorher noch Mein Dunghaus bauen Und natürlich auch noch Schaut jetzt aber schon episch aus Mit dieser Brücke hier Wie gesagt Ich finde lustig Also wie gesagt Jetzt erkennt man mein Haus Nicht mehr Weiß wie das schön Ein gegrüntes Alles hier schön grün Aber wie gesagt Teilweise war es jetzt Also es war hier gar nichts mehr Also hier war es blank Die Steine waren weg Das hat er Weiß kahl ausgeguckt Aber wie es aussieht Ist da immer noch ein Fehler drin Weil Ihr seht gerade Hugo steht vor dem Stein Und sobald ich da weggehe Haut er den weg Bis Hugo voll ist Ist auch noch weg Ach ja Na ich habe mich nicht getraut Welche dem Alpha Das werde ich dann gleich Mit meinem Äh Peranodon machen Beziehungsweise Nein das werde ich Mit dem Bären machen müssen Ich hoffe nur Dass der Alpha Nicht mehr da ist Aber das wird lustig So Wienhaus Kraft Sechs Stück bräuchte ich noch Das waren aber nicht sechs Glaubst du mir das nicht Nein es werden fünf Ich gehe am Stock Das ist gemein Das ist richtig gemein Vielleicht noch hier Kristalle Nein Hat er schon verbraten Naja So Dann gehen wir mal zum Greenhouse Muss ich sowieso noch zum Bären Ihr seht auch hier ist alles wieder Zurückgespawn Teilweise sogar in den Viechern Also Das war Weiß nicht Also ich weiß nicht Wie die da drauf kommen Dass das heißt 3,5 Meter Also das waren vielleicht 35 Zentimeter Aber keine Meter So ihr seht gerade Ich habe die Wände fertig Ich habe auch schon das Dach zu 90% fertig So wenn jetzt ihr hier drauf schaut Ne Greenhouse Effekt Cool Ein Greenhouse Effekt Gehen wir mal hin Effekt Cool Greenhouse Effekt Immer noch Nein 300% 300% Cool So Dadurch Also man muss Nicht schon komplett fertig sein Aber Ähm Ziemlich viel haben Auch gleich umswitchen Jawohl Ist auch umgeswitcht Der noch nicht Alle anderen Sind auch schon Auf 300% Das heißt Ab jetzt ist das Greenhouse Bis auf dieses eine Feld Hier hinten Komplett fertig So ihr seht auch Die Kühlschränke Weil die Aussicht Fand ich Zu geil Dass da zwei Kühlschränke Rum standen Weil die waren hässlich Angebracht Abgerissen Der steht jetzt hier hinten Ja und das heißt jetzt ab jetzt ist unser Greenhouse zu 99% fertig Und dann heißt das äh ich baue jetzt noch zwei Brückenteile Äh die Barbara brauche ich bitte Komm mal bitte den Lander weg Wenn die 2,5 Meter sind Ähm Geh noch mal in die Schule Brauche ich das da? Ah Okay Der hat sowas sogar noch drin Ähm Das heißt jetzt Ich brauche Passt Ich will zwei Stück Ähm Stone We're mushroom Thatch Wood Okay Zwei Das heißt Da waren zwei Drei Hafe 200 Hafe 200 So zwei Stück. Ich bin gespannt, welchen Punkt er sich dafür kriegt. Habe ich noch nie geguckt. 487, so. Okay, 537. Können wir natürlich auch Level. Sehr schön. Ich gebe mir natürlich nur mal Gewicht. Wir haben 62 Punkte übrig. Das ist mal cool. Äh, ja. Was will ich mir denn geben? Ah, ich habe mal gesagt, also Parasaurus-Sattel, Raptor-Sattel. Sarko-Sattel. Habe ich noch 28, 29 Punkte. Ganz ehrlich, die werde ich aufheben. Und ihr seht, ich habe einen neuen Mod drin. Metal Armor. Das heißt, man kann seine Viecher ausrüsten. Das glaube ich heißt Pimp My Dino. Der Mod. Wie gesagt, wenn ihr auf den Link, weiß ich gar nicht, ob ich den schon reingeschrieben habe. Wenn nicht, werde ich das demnächst machen. Da seht ihr, welche Mods, das ich benutze. Aber ich müsste eigentlich alles äh, Carbonimäe-Sattel. Ach, den nehme ich jetzt auch noch, wenn habe ich noch 17. Passt. Gut. Aber Folge ist schon wieder leider rum. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal die Brücke fertig bauen. Und dann, äh, ja, werden wir, ähm, mal unser Metall holen. Mal gucken, was wir an Metall haben. Vielleicht, äh, ist bis dahin auch wieder ein Kristall gespawnt, da es mir noch unsere letzten, äh, äh, Kristalle kriegen. Ja. Und dann hätte ich gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.